Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit, letzter Schluss. Dieses Mal geht es um PQIV, einen leichtgewichtigen, konfigurierbaren Bildbetrachter. Und das wird eine sehr kurze Folge, denn ich habe aktuell eine ganze Menge zu tun. Wie man vielleicht sieht, ich habe jetzt mein Kilo Open Source und Linux Target T-Shirt an, denn da habe ich noch sehr viel vorzubereiten. Also dieses Mal deutlich kürzer, als ihr das normalerweise von mir gewohnt seid. Und da wir schon gerade beim Thema sind, ein bisschen Werbeblock am Anfang. Die 21. Kilo Open Source und Linux Tage finden vom 14. bis zum 16. September statt. Das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin. Und wir haben ein wirklich sehr umfangreiches Programm über zweieinhalb Tage. Am ersten Tag an dem 14. September gibt es den Linux Presentation Day, der von uns so ein bisschen vorgezogen ist. Also das ist nicht das offizielle Datum, aber für uns ist es der Linux Presentation Day. Da gibt es ein paar einfache Vorträge, so für Anfänger. Und das erste Mal als wirklich Premiere gibt es Jean, Mr. Linux Guides, Micha, Saint of Sinner und meine Wenigkeit das erste Mal live vor Publikum zusammen an einem Ort. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Und wenn ihr uns mal sehen möchtet, so live vor Ort, kommt gerne vorbei. Oder das Ganze wird natürlich auch gestreamt. Aber wir sind das erste Mal wirklich in einem Raum vereint. Dann haben wir am 15. und 16. September volles Programm. Wir haben eine Ausstellung, wahrscheinlich sogar die größte Ausstellung, die es jemals in der Geschichte der Kilo Open Source und Linux Tage gegeben hat. Dann haben wir natürlich noch Vorträge und Workshops. Für die Workshops müsst ihr euch allerdings anmelden. Ansonsten kommt ihr nicht rein. Die Räume haben eine gewisse Größe und das passt irgendwann nicht. Also meldet euch an und wenn euch irgendwas dazwischen kommen sollte, meldet euch auch bitte wieder ab. Dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen Rahmenprogramm dazu. Das gibt einmal eine Verlosung an beiden Abenden und es gibt ein Kilo X-Rätsel, wo ihr eure grauen Zellen mal ein bisschen bemühen könnt, um so Knobelaufgaben zu lösen. Da gibt es auch noch was zu gewinnen. Und dann haben wir noch am 15.9. am Abend Grillen bei halbwegs gutem Wetter. Das legen wir mal relativ frei aus. Bei uns ist das Wetter meistens so eher la la als gut. Ja, und dann haben wir am 16.9. am letzten Tag auch nochmal ein gemeinsames Frühstück am Software Freedom Day. Genau, also das und vieles weitere mehr könnt ihr nochmal genau nachlesen unter keylooks.de. Ja, das war jetzt erstmal dieser Werbeblock. Das musste so raus. Dann erstmal zu PQIV. Ja, das ist ein sehr leicht gewichtiger und konfigurierbarer Bildbetrachter. Ich habe mal gesagt, ja ohne Schnörkel. Also es gibt auch keine grafische Oberfläche. Man startet das Ganze von der Kommandozeile aus, gibt dann vielleicht an, welche Dateitypen man haben möchte. Vielleicht PQIV-Stern.png, dann kriegt man nur die PNGs angezeigt. Die Projektseite ist die hier und das Ganze hat eine minimale Oberfläche. Es ist quasi schon übertrieben. Eigentlich hat es überhaupt keine Oberfläche. Ihr könnt es allerdings so umbauen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ihr könnt die Tasten freikonfigurieren. Da habe ich gleich nochmal ein paar Beispiele. Ihr könnt auch Bilder drehen und es werden sehr viele Dateitypen, sowas wie WebP oder Videos, animierte GIFs, sogar PDF, Postscript und eben sehr viele weitere Bildtypen unterstützt. Ja, und das Ganze ist sogar schon in sehr vielen Distributionen schon als Paket vorhanden. Ihr könnt es über eure Paketverwaltung einfach nachinstallieren. Und das Ganze ist auch noch sehr klein. Also von daher klein, schnell, wenn ihr mal sowas haben möchtet, guckt euch das mal an, ob das vielleicht was für euch ist. Dann zum Thema Konfigurierbarkeit. Ihr könnt in eurem Homeverzeichnis unter .config eine Datei PQVRC anlegen und dort verschiedene Dinge einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Also ihr könnt da Tastaturkommandos umdefinieren oder neue hinzufügen oder auch grundlegende Optionen setzen. Ich habe hier jetzt mal ein paar wenige Optionen reingeschmissen und Möglichkeiten. Wenn ihr wissen wollt, was noch alles möglich ist, guckt einfach mal in die Mainpage rein. Wenn ihr euch dazu entschieden habt, dass ihr das vielleicht so ein bisschen anpassen möchtet, schnappt euch einen Texteditor. Ich habe hier mal den Nano genommen. Das ist ein kleiner Texteditor für die Kommandozeile. Aber ihr könnt genauso gut auch was anderes nehmen, wie zum Beispiel Kate bei KDE oder bei Gnome gibt es auch irgendeinen Texteditor und so weiter und so fort. Nehmt einfach das, was ihr gerne benutzt. Dann editiert ihr diese Datei und dann könnt ihr dort verschiedene Dinge eintragen. Zum Beispiel so ein Abschnitt hier mit Options. Also diese eckigen Klammern, die bedeuten, das ist so ein Abschnitt. Und darunter kommen die verschiedenen Parameter, die ihr gerne haben möchtet. Da gibt es so etwas, was Sort heißt. Und da könnt ihr angeben, wonach ihr die Bilder oder die Dateien, die ihr jetzt im Verzeihnis drin habt, sortieren möchtet. Also zum Beispiel auf den Dateinamen setzen. Ein anderer Abschnitt, der mich eigentlich interessiert hat, sind die Keybindings. Also die Tastaturkonfiguration. Also wie die Tasten an irgendwelche Dinge gebunden werden. Da gibt es Namen für die einzelnen Tasten in spitzen Klammern. Also sowas wie Page Down ist die Bild nach unten Taste. Dann Page Up, Bild nach oben Taste. Dann gibt es sowas wie Super L, das ist diese Windows Taste oder diese Super Taste. Und Delete, das ist die Entfernen Taste. Dann so ein bisschen Fi-Feld dazwischen, damit das so aufgeteilt ist. Und dann kommt in diese Spitzenklammern hier rein, was für ein Kommando das sein soll. Dann gibt es dieses GoToFiRelative. Also ihr habt ja eine Datei vor euch, also die ihr seht. Also ihr seht irgendein Bild. Und dann könnt ihr mit der Taste Bild nach unten eine Aktion ausführen. Und das ist in diesem Fall nach unten gehen. Also wir wollen von dem Bild, was wir gerade gucken, 25 Bilder im Verzeichnis nach unten gehen. Also wenn da einzelne Dateien drin sind, ihr seid auf dem ersten Bild, dann geht ihr auf das 26. Das hier macht quasi genau das Gegenstück. Also minus 25, das geht wieder nach oben. Wenn ihr auf dem 26. drauf seid, die Taste drückt, dann seid ihr wiederum beim ersten. Und wenn ihr jetzt bloß ein Bild weiter möchtet, dann steht da eine Eins. Das habe ich bei mir jetzt mal auf diese Windows Taste drauf gelegt, um eine Alternative zur Leertaste zu haben. Meine Leertaste klappert so ein bisschen. Darum nehme ich denn gerne da eine andere Taste, die ich sonst nicht brauche. Die Entfernen-Taste habe ich mit einem eigenen Kommando belegt. Also Command führt ein Kommandozeilenbefehl letztendlich aus. Also sowas, was ihr in eurer Shell eintippt, könnt ihr da auch machen. Und mein Kommando ist hier RM für Remove, also lösche eine Datei. Und der Name der Datei ist in dieser Variablen $1 abgespeichert. Ja, dann wieder schließen hier, Semikolon, geschweifte Klammer zu und schon habt ihr jetzt ein Löschkommando drin, was es in der Standardkonfiguration nicht gibt. Ja, das war es auch schon. Ja, wie gesagt, dieses Mal extrem kurz, wenig Zeit, aber ich wollte es dennoch nicht ausfallen lassen. Guckt gerne bei uns in Kilo Open Source und Linux Tagen mal vorbei. Schaut in das Programm, meldet euch vielleicht mal für einen Workshop an, wenn ihr da gerne teilnehmen möchtet. Die Workshops gibt es übrigens bloß direkt vor Ort. Die werden nicht gestreamt oder irgendwie anders übertragen. Da müsst ihr wirklich zu uns kommen. Ansonsten macht es gerne nach. Probiert mal PQIV aus oder lasst es bleiben. Konfiguriert dran rum oder lasst es auch bleiben. Ansonsten macht es gut und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.